Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Rimwald Roboter. Ihr wollt mehr sehen und mein Zugehörer verpassen, dann abonniert meinen Kanal. So, den da oben hat man richtig niedergebarscht. Sehr gut, sehr gut, Nummer 1, das lobe ich mir doch. So, packt den euch. Ed läuft weg. Was haben wir denn hier rechten Arm abgeschossen? Rauschmittel, Psychopath, bumm. Ja, top. Okay, dann Befehl, alles meins. Du gehst hier, du gehst hier, du gehst hier, du gehst hier, du gehst hier. Dann sind die alle aufgeräumt. Dann haben wir natürlich noch erlauben, dass das alles erlaubt. Bam, 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 bam. Sehr schön, das passt. Bei mir hier, das sind die zwei Sachen. Aaron, das kannst du packen. Welt. Karawani reformieren, brauchen wir nicht hier. Einfach in Mahlzeiten gehen mit. Gladio, schlecht. Schutzwäste. Passivkühlung. Puh, ist ja gar nichts. Okay, dann passt das. Wir werden die Route wieder zurück. 1,3 Tage annehmen. Okay, Aaron. Für dich hoffe ich echt brutal, dass hier irgendwie wieder ein Händler kommt. Der hier natürlich... Hightech-Mahlzeiten oder irgendwas... Äh... Meine Güte. Hightech-Medizin hat. Dass du wenigstens noch die Kurve bekommst. Ich hoffe... Oh, schwer. Ei, 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 ei. Okay. Die P sind jetzt auch los. Oh, Mann, 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 Mann. Sorgenkind. Piratenhändler. Normal hat er doch auch was. Ah, kontaktieren. Egal was es ist, es wird gekauft. Ob normal oder Hightech. Mit den 15er Sky-Stick-Skill hier. Du hörst, Aaron. Und, äh... In festes City-Runions. Oh, wo? Puh. Bewegsamkeit. Ha! Gucken wir doch mal nachher hin. Okay. Äh... Ein Geologe. Typisch sensibel. Freundlich. Okay. Ein Unternehmer. Freundlich als in der Wille. Eifersüchtig. Medizin. Ja. Ich nehme mal eine. Eine. Zwei. Nasherna. Nasherna. Okay. Dark Armor ist exzellent. Schildgürtel. Schildgürtel. Normale Weste. Präzision. Egal. Ich brauche das Silber. Ach... Nehm. Tragen. Darf'n fix. Ach. Oh, es ist gleich wieder so weit. Nice. Pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam. Passt. ja dann ist es aber gibt stoff versorgt er und versorgt er gut war spielt hufeisen werfen extrem er so das gefühl als ob das nicht klappt ganz 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 richtig was ist schneller auch gott sei dank gott sei dank die immunisierungsgeschwindigkeit hat es doch noch gepackt trotz extrem was ein dusel herr aber nur dank dem piratenhändler top 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 respekt heimat ist alles heimat ist richtig piratenhändler weiter jetzt regnet wenig schniss drauf das ist gut und ein überfall von da oben zwei stück sie greifen sofort an ist okay er ist da jetzt am marschieren das passt die gehen kaputt jetzt so er und kann wieder laufen so den erwischt setzt mal wieder hart quatsch quatsch wieder umstellen fahrt ist okay so der p ist weg komme ich da oben irgendwo raus dauert zu lang okay okay so er frag mal an ja eine ritter permanente schussverletzung rechtes geschick also nicht ganz alt ein kurier ein kurier was geht schneller gehen nicht so der brüller hier die anderen sind jetzt hier gleich da die laden ihr inventar dann können wir den staubmantel mal fertig machen danach gehe ich wirklich an die kranken betten kranken betten waren es angekommen jetzt ach du kacke es nun großzügig hier weg so silvester sein part muss da jetzt dran glotzen und wird auch so nichts nachgefüllt das letzte mal abrödeln das kann dann oben alles wieder gebaut werden ok wenn der so gut ist machen wir hier ein abbrechen draus ist der fix dabei und fernan hier sind noch zwei das kann raus da ist noch eins können wir noch mal zwei abbrechen da 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 kommt noch eins dazu abbrechen 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 gut jetzt passt er da so abbreitet es sich aus zack 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 auch noch dranbleiben 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 nicht ernten entfernen gut ok da unten weiter entfernen bam bam weitet sich auch aus so 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 bam bam gut auch entfernen 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 oh 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 dann auch gleich mal runterpesen hier noch hier noch gut dann oben den rest patsch 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 weg 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 den auch den auch den auch ah kann ich grad alles machen stopp 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 hier die drei papp 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 jetzt haben wir alle ma 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 ja haben wir das verrücktes Tier ein Hase zack weg dann pfad verbieten oh was da Silvester weg damit gut passt 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 doppelt doppelt einer wird noch genäht top 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 passt sehr schön das ist auch erledigt oh holz fehlt wie viel holzhack holzhack schuss z karawane drohne kommt mit wann sie loskommt mit den Nummer eins kommt mit und Es gehen mit Gnukrationen, dann gehen hier 10 mit, Welle rote hier hoch, Wellen annehmen, passt, können weg, Silvester ausmacht, Silvester spielt Billard. Nein, Ignorier. Das kannst du alles ansehen, kannst du Power drauf geben. Meins ist noch nicht mehr inspiriert. Kommen wir da wenigstens ein bisschen wieder hinterher. Bap, wechseln sie. So. Ja, 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 ja. Sehr gut, da können wir da dranbleiben. Dann geht es da drüben weiter. Tup, 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 tup. Passt. Da drüben. Und dann kannst du ja auch mal wieder ein bisschen runterkommen. So, ihr seid unterwegs. So, bin ich mal gespannt, was da drin ist. Das ist auch da auch wieder so die Hardcom-ich-Aloiden sind. Aber ich hoffe mal nicht. Ah, die Mörser. Ja, ja, ja. Was braucht man dazu? Der Vita... Ah, 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 ah. Da, ja. Der Multi-Analysator. Ein Waffenhändler. Top, 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 top. Schmeiß mal ran hier, die Moon, Schmerzenbewusstsein, ja, ein bisschen Crank, ich weiß, aber sonst passt das, weg, weg, Gladius weg, weg, Evolver weg, Schmärmaschinenpistole, Präzision, das, die Lanzen, pfff, so, Sturmgewehr haben wir keins, sieht nicht so aus, Energierüstung, Togamor, Schutzwiste, H.E. ist auch nicht, wir machen das ein bisschen an Elend mal, passt, 0,5, gut, so, mit Sonne, So, das machen wir alles weg, das passt, gut, jetzt haben wir noch ein paar Tage, passt, jawohl, jetzt starten sie wieder durch, die 4, Achso, rechter Strom nicht, nein, rechter Strom nicht in dem Fall, okay, Wo, 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 wo Die sind gleich da. Großhändler. Auch cool. So, dann gucken wir gleich mal rein. Okay. Oh. Ui, 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 ui. Oh, okay. Ui, 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 ui. Ei, 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 ei. Ui, 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 okay. Aber das ist nichts für hier, sondern für die nächste Folge. Sehr gerne an dieser Stelle. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Servus.